und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemm aus steinbaus heute mal wieder mit einem set von fantasy und zwar einem set das neu auf den markt gekommen ist die 85003 forest cabin bevor wir mit dem ganzen anfangen bedanke ich mich mal wieder bei fantasy dass sie mir dieses set kostenfrei zur verfügung gestellt haben damit ich hier diese review machen kann vielen lieben dank deshalb bekommt ihr natürlich trotzdem meine ungefilterte meinung denn diese meinung ist nicht käuflich die box kommt in so einem schwarz braunen ton daher ist erst einmal sehr schlicht was ich aber cool finde ist dass dort so eine art holz marmorierung drauf gedruckt wurde das passt sehr gut zum thema und hebt sich damit auch von den komplett schwarzen 18 plus boxen des dänischen herstellers ab auch eine sehr gute info am rand oder besser gesagt zwei sehr gute infos wir haben gobrick steine und das ganze ist pad printed ich mein gobrick steine sind cool aber was ist noch cooler wenn wir auch noch bedruckte gobrick steine dabei haben und auf der rückseite sehen wir noch mal ein paar funktionen von dem haus wir haben auch auf der verpackung einen lustigen fehler drauf denn laut der verpackung ist das haus 38 mm breit und 29 mm hoch ich glaube wir brauchen nicht darüber reden dass das eigentlich eine zentimeter angabe sein sollte das habe ich pente sie auch mitgeteilt sie werden das sicherlich noch ändern das ist jetzt aber kein großer beinbruch viel wichtiger ist ja was einem in diesem set geboten wird und damit wir das herausfinden können mache ich das ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die steiletüten und die anleitung an und in dem umkarton finden sich dann zwei innere kartons und in diesen kartons finden sich natürlich die teiltüten das sind nicht alle ich glaube ihr könnt euch das selber denken ich wollte euch nur noch mal kurz das design zeigen wie die ganzen sachen hier in die bauabschnitte unterteilt sind und wie die tüten an sich gestaltet sind denn da macht pensier was wirklich ganz eigenes über die teilequalität reden wir aber wie immer während des baus und was sich noch im ersten karton befindet ist die anleitung die ist vom format nicht sonderlich groß aber sehr breit gefällt mir an sich aber auch wenn man gerade einen kleineren tisch hat dass die anleitung hier nicht so riesig ist die anleitung ist geleimt und man sieht hier auch insgesamt haben wir 13 bauabschnitte wie gesagt ich finde das immer schön wenn neben den bauabschnittstüten immer der fortschritt mit gezeigt wird hier vorne sehen wir noch mal dass wir als erwachsene auch willkommen sind das ist schon mal gut sonst hätte ich jetzt abbrechen müssen und wir sehen hier noch mal den teiltrenner wie er funktioniert genauso auch den kundensupport und die instagram und facebook kanäle von fantasy wie wir das schon von fantasy gewohnt sind wird nichts ausgegraut sondern es wird alles weiterhin in vollfarbe dargestellt die drucke haben eine hohe qualität genauso wie das papier und insgesamt haben wir 435 bauschritte auf 203 seiten verteilt und danach kommt noch mal der werbeblock mit astro boy popeye wo wir uns das schiff ja auch schon angeschaut haben der kleine prinz und der spielautomat das pc case genauso wie der fernseher den wir uns auch schon angeschaut haben und auch schön finde ich das hinten noch mal das logo und diese holz optik aufgegriffen wurde die wir ja auch schon bei der verpackung gesehen haben ich freue mich wie immer sehr auf dieses set fang dementsprechend jetzt anzubauen und wir sehen uns dann nach den ersten wichtigen bauabschnitten wieder und wir sehen uns das nächste mal nach 83 bauschritten was soll ich sagen ich bin tatsächlich schon wieder verliebt und warum zeige ich euch natürlich jetzt ein punkt davon ist wir haben wirklich einen schön massiven aufbau als boden da fällt auf jeden fall nichts mehr auseinander und wir haben die technik bricks am rand weil man sich das ganze ja am ende so gestalten kann wie man möchte das ist aber jetzt nicht der größte punkt ein punkt ist aber auf jeden fall es ist pad printed und wir haben auch schon einige prints wir haben diesen print wir haben diesen print diese zwei schönen bilder unter der treppe wir haben hier ein bücherregal gebaut da haben wir auch noch eine lampe und eine pflanze drauf das sieht einfach lebhaft aus hier scheint eine art kochecke zu entstehen und ein zimmer haben wir schon so gut wie fertig eingerichtet und das ist das schlafzimmer wir haben ein kleines bettchen hier so eine art teppich den nächsten schönen print hier an der seite hier noch mal ein bild und einen natürlich geprinteten fernseher und das sieht doch schon richtig schnucklig aus auch cool ist dass die wand den name wand verdient hat denn die ist aus einer brick breite und zwei plate breiten wir haben die brick breite die die stabilität bringt und die zwei plate breiten die am ende die verkleidung und damit das aussehen bestimmen und was mich auf jeden fall immer bekommt ihr wisst das sind silberteile diese fensterrahmen sind silber diese fensterrahmen sind silber und auch diese schiebetür ist silber und das aller coolste ist ja die schiebetür ist nicht nur silber sondern sie funktioniert und das finde ich richtig cool denn die schiebetür hält auch so fest wie man sie eingestellt hat und hakelt aber trotzdem nicht und lässt sich hier wirklich gut verschieben übrigens ist auch dieser türrahmen hier aus einem silberstein die scheibenqualität ist auch in ordnung wir haben ein paar kleine gradzeugen drauf aber da ist alles noch okay das einzige was ich ein wenig fragwürdig finde würdet ihr euch wohlfühlen wenn euer bett hinter so großen glasflächen ist ich zumindest nicht und wenn ich mir dann noch vorstelle dass das haus irgendwo im wald steht und man durch diese glasflächen die ganze zeit die dunklen bäume sieht und nicht weiß was draußen auf einen lauert so könnte ein guter gruselfilm anfangen wenn ich so drüber nachdenke also ihr habt denke ich schon einen kurzen einblick nach diesen 83 bauschritten bekommen warum ich schon wieder sehr viel spaß an diesem set habe und ein wesentlicher grund davon ist natürlich auch die steine qualität und ich glaube wir brauchen nicht drüber reden es sind go brick steine das sollte als argument schon fast reichen es sind die wahrscheinlich momentan besten steine am markt auch die anleitung ist immer super verständlich und da gibt es überhaupt keine probleme ich hatte wie gesagt bisher richtig viel spaß hoffe dass das so bleibt und baue jetzt weiter und wir sehen uns nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen jetzt das nächste mal nach 211 bauschritten wieder das ist nach dem siebten bauabschnitt und damit nach dem ersten inneren karton wir können also sagen die hälfte ist ungefähr geschafft und keine angst das was jetzt hier steht ist nicht alles was wir bis zum siebten bauabschnitt gebaut haben wir haben auch noch etwas vom ersten stock gebaut das ist aber noch nicht verbunden mit dem erdgeschoss und das zeige ich euch gleich noch separat wir haben auf jeden fall wie ich das schon vermutet hatte hier eine kleine küchenecke reingebaut wir haben eine kleine kaffeemaschine ein paar silberne schränke die ich wie gesagt sehr cool finde und gerade in küchen ist edelstahl optik ja was ganz feines wir haben eine dunst abzugshaube und einen herd gebaut und auf dem herd haben wir silberne steine und dann auch noch sehr schön bedruckte silberne steine also ich finde die bedienelemente sehen richtig richtig gut aus dann haben wir natürlich zu der küche noch den esstisch hier an der wand aus platzgründen etwas komisch abgeschnitten finde ich ich hätte es jetzt schöner gefunden wenn hier noch ein stuhl wäre hätte aber platzmäßig nicht mehr reingepasst wir haben eine tischdecke mit einem karo muster gebaut eine flasche ist drauf und eine kleine kerze ohne trennung geht es dann weiter ins wohnzimmer das geprägt von einem gebauten sofa einem gebauten kamin ebenfalls mit flammen drin und wo im schlafzimmer noch der flatscreen dominiert haben wir im wohnzimmer ganz klassisch einen alten röhrenfernseher das könnte auch eine homage von fantasy an ihren 90er retro tv sein übrigens auch hier wieder ein bedrucktes teil wie gesagt in diesem set befinden sich keine sticker danach bauen wir hier die front die ist ziemlich ähnlich zu der wand die wir schon gebaut haben wir haben noch zwei laternen sehr viel schöne blumen deko also die hausbesitzer haben auf jeden fall einen grünen daumen wir haben ein kätzchen dabei so eine art geländer das ergibt auf jeden fall für eine verande ein sehr schönes in sich geschlossenes bild hier haben wir auch noch mal zwei prints und natürlich funktioniert auch diese schiebetür hier hervorragend und dann habe ich ja schon gesagt wir haben auch etwas vom ersten stock mitgebaut hier wieder die außenwand im ähnlichen design wir haben die großen glaselemente auch hier wieder eine ordentliche qualität sie sind überhaupt nicht milchig sondern sehr schön transparent haben aber die ein oder andere macke leider auch drauf genauso wie die fliesen goldbricks steine sind vom verbauen die besten auf dem markt das einzige wo die dran leiden ist leider die fliesenqualität das müssten sie noch in den griff bekommen dass die nicht so matt wirken im obergeschoss haben wir dann einen sessel mit einem kleinen tisch und einer tasse und dann eine ecke die mir sehr gut gefällt wir haben so eine art bücherregal oben eine seemannskarte als print und thematisch passend ein kleines schiffchen gebaut hier vorne ist übrigens eine figurenhand in braun die wurde wie ich finde hier sehr kreativ genutzt um das schiffchen zu bauen und die ecke gefällt mir sehr wir haben noch ein kätzchen diesmal in einem anderen mold und haben so eine art spielecke mit kratzbaum für die katze gebaut und was darf im typischen hobbyraum nicht fehlen natürlich ein tisch kicker und ein pflänzchen also das ganze ist hier wirklich sehr detailverliebt eine schöne einrichtung viele prints eine tolle steinequalität bis auf die fliesen wie man das leider von goldbricks gewöhnt ist trotzdem meines erachtens wie gesagt vom verbauen die besten steine am markt und ich muss es immer wieder sagen ich habe mit fantasy in letzter zeit richtig viel spaß dass es in diesem fall nicht anders und ich baue jetzt natürlich weiter und wir sehen uns dann entweder nach dem nächsten wichtigen bauschritt wieder oder vielleicht sogar schon mit dem fertigen haus und damit ist es auch schon vollbracht die fantasy forest cabin ist fertig gebaut es war ein wirklich sehr spaßiger aber auch wirklich unkomplizierter bau und ich meine das ergebnis weiß erstmal zu überzeugen oder ich finde es steht so richtig richtig schön da auf den ersten blick unspektakulär wenn man aber dann mal durch die fenster schaut ihr habt ja die einrichtung gesehen im untergeschoss die schöne küche das schöne schlafzimmer das angedeutete wohnzimmer mit kamin im obergeschoss der spieleraum mit dem kratzbaum und der katze ich finde das richtig cool auch von den eingangsbereich haben sie gut getroffen und der außenbereich ist noch mal dargestellt mit einem kleinen bäumchen einem grill einer sitzecke wir haben so eine art sandburg also wirklich alles was das herz begehrt sogar eine art pool ist mit dabei was man dem pool aber nicht so wirklich gefällt ist dass da super viele kleine runde transparente plates dabei sind die soll man einfach nur dort reinlegen aber das gefällt mir nicht ich finde dass eigentlich bei einem klemmbar stein set alles fest verbaut sein sollte oder mindestens wie in dem fall das dach noch einmal gesichert wird ich zeige euch das gleich mal denn das dach wird hier mit slopes gesichert so dass man es abnehmen kann es nicht wirklich fest verbaut ist aber dieses wir schütten einfach mal was dort rein hat für mich auch nichts mit dem grundgedanke von klemmbar stein zu tun in der seitenansicht sehen wir dann eine große schwäche von dem set und das ist wie schon im bau angesprochen habe die mattheit und die zerkratztheit der fliesen und auch die angusspunkte die mir hier nicht gefallen go prick steine sind super steine aber dort müssen sie auf jeden fall noch nacharbeiten klar gerade mit dem anguss punkt ist der marktführer nicht unbedingt besser aber das zieht natürlich so ein set mit runter ansonsten ist die steine qualität wirklich toll gerade vom bau da kann man bei go pricks einfach nichts falsch machen was man noch als kleinen kritikpunkt anbringen könnte ist dass der boden in nicht gefließt ist mich stört es persönlich nicht extrem aber ich weiß dass viele leute gefließte böden viel lieber mögen und die sollten wissen dass in diesem set die noppen eben frei stehen für mich überzeugt aber die tolle einrichtung und dann kann ich über den nicht gefließten boden gut hinweg schauen zur einrichtung ist auch noch ein kronenleuchter dazu gekommen ansonsten habt ihr ihnen ja schon alles gesehen und wenn wir die dachelemente abnehmen seht ihr das ist aus zwei einzelnen elementen gebaut dieses sind dann durch sie klemms miteinander verbunden und oben haben wir die slopes und die slopes rasten dann oben ein das ist natürlich auch beidseitig so so dass man beide seiten von dem dach bzw der seitenband abnehmen kann und so die liebevolle einrichtung anschauen kann was mich dann außen ein wenig gestört hat ist ihr seht das selber der baum der demontiert sich relativ schnell wenn man da mal rankommt oder das set falsch hochhebt und das ist schade weil der rest bei dem set wirklich stabil ist mir gefällt das set ohne baum besser aber für ein set was ich forest cabin nennt ist dieser baum einfach zu wenig dann hätte man vielleicht das forest weglassen sollen ich meine das ganze ist ja sowieso sehr luxuriös für eine waldhütte und ich finde es auch cool dass man die elemente abnehmen kann wir haben dort immer so technik bricks drin und dann können wir das mit pins einstecken und so eben die elemente zwischen den seiten tauschen ist jetzt kein riesen feature aber ein bisschen personalisierung ist soeben möglich wie es einem am liebsten gefällt mir hat es zum beispiel beides auf einer seite am besten gefallen andere wollen vielleicht eins auf der einen und den pool auf der anderen seite oder wie auch immer wie man das am liebsten möchte also als fazit kann man sagen wir haben ein set mit go brick stein ist immer ein großer pluspunkt vor allem bei der verbaubarkeit beim aussehen ist da bei den fliesen noch nachholbedarf und gerade bei so einem großen set mit vielen fliesen fällt das natürlich auf wir haben aber eine tolle inneneinrichtung wirklich liebevoll gestaltet sehr verspielt es aber nicht gefließt was für den einen oder anderen ein problem sein kann wir haben viele schöne prints dabei wir haben schöne silberteile dabei und wir haben einen bau der wirklich spaß gemacht hat mit einer fehlerfreien anleitung das ganze sieht am ende auch toll aus wenn man es nicht unbedingt im licht seitlich betrachtet wo man die großen fliesen dann sehr sieht wenn man das von vorn betrachtet oder nicht unbedingt groß anstrahlen lässt sieht es natürlich auch sonst richtig gut aus meiner meinung nach ist das set aber leider trotzdem hinter dem steamship von popeye und ungefähr gleichgesetzt mit dem 90er retro tv ich hatte mit allen drei sets sehr viel spaß auch mit dem steamship von popeye noch mal ein stückchen mehr und dort ist die fliesenqualität nicht so groß ins gewicht gefallen wie bei so einer waldhütte aber hier kann man pente sie keinen riesigen vorwurf machen auch lego hat dort ihre probleme mit dem anguss punkt aber da sind die fliesen zumindest nicht so sehr verkratzt alles in allem hatte ich aber sehr viel spaß mit diesem set und dementsprechend gibt es von mir dafür wieder eine kaufempfehlung es gibt natürlich auch wieder ein rabattcode den ich euch eingeblendet habe und den ihr auch noch mal in den kommentaren findet wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt gerne wie immer eure meinung dazu in die kommentare damit helft ihr der gesamten community und mir wieder sehr weiter und wenn euch dieses video gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick